Er riecht so gut aus Ah, das Peplinko kann Dings machen Öhm, kann das Schaf ziehen alg, bisschen random aber mäh, mäh, mäh Ähm Aber ich jetzt... Es ist was Sist. Es ist was Sist. Wie hat sie gesagt? Da ist es. Schau mal. Hier, ein zweites Blatt-Binko. Mal gucken was. Let's see. Hier geht es wirklich ab. Was kriegt er? 6-3, ist auch nicht schlecht. Hat er denn hier? Hier ist Party-Party. Die Party of Karazhan. Tonight, I Summert Manikos. Dann wirklich? Guck dir mal, wie ist der Gang der Pricht hier zusammen? A tale of wonder and glory. Und wenn er Rack macht, muss er Innovate into Shapeshift Malikos. Everything is going downhill. Boah, jetzt gibt's Auctionieren, oder? Boah, jetzt kommt der Auctionieren. Auctionieren, jedes Mal Auctionieren. Ja, okay, auf geht's. Gamblerino. Sinister Strike. Jetzt bin ich... Oh, wie viel, wie viel? 15% pro Tor, oder was? Also jetzt, oh, oh. Das ist so sehr wichtig. Er hat ihn gezogen. Er hat ihn gezogen. Er hat ihn gezogen. Er hat ihn gezogen. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Das war grad irgendwie das 100.000 Euro Zap. Ja, das 100.000 Euro Zap. Boah. Hier ist das 100.000 Euro. Ja, natürlich ist er gezogen. Ja, aber jetzt, also ich meine... Der tilt wirkt sich jetzt auch nicht mehr negativ aus. Ja. Also ich meine, es ist halt einfach aus. Also... Ah, 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 ah